So, herzlich willkommen. Also wie prophezeit werde ich euch jetzt hier auf YouTube mal unser erstes Vimeo Video ankündigen. Ich habe euch ja gesagt, wir wollen uns jetzt hier nicht die Taschen vollstopfen mit Geld. Hier geht es einzig und allein darum, ein bisschen was für die Ranch zu tun, für die Tiere, weil wie im Video schon angekündigt, haben wir ja seit mein Vater verstorben ist hier Schwierigkeiten, die Ranch am Leben zu erhalten. Und wir wollen auch nicht viel dafür. Wir wollen da jetzt 1,50 Euro. Das machen wir jetzt einmal die Woche. Und ich sage mal 1,50 Euro, das macht jetzt kein reicher oder ärmer. Und wir versuchen es jetzt einfach mal schauen, wie es ankommt. Und was ihr hier seht, das ist die sogenannte Karma Wochen Matrix. Ja, wir haben ja hier auch Karma-Kartenlegungen aus dem Lenormau-Kartendeck. Ich erkläre kurz, worum es geht. Und zwar haben wir hier oben in der ersten Reihe, geht es immer um das Ereignis der Woche. Dann haben wir hier das Thema Lernprozess. Was ist für dich wichtig in Sachen Lernprozess für diese Woche, für dein eigenes Sein? Dann haben wir hier in der dritten Reihe die Beziehungen, also Allgemeinbeziehungen zu anderen Menschen. Was ist dein Thema? Wo kommt es her? Was geschieht danach? Dann haben wir hier die Partnerschaft. Hier in der Reihe liegen auch immer die gleiche Liegetechnik. Hier unten geht es um die Singles für die Woche und hier unten haben wir noch das Thema Beruf oder Berufung. Es geht jeweils immer um das Thema, die Ursache, die Wirkung, dann die Aufgabe, die Konsequenz und dann am Ende die Lösung. Ich bin mal gespannt, wer sich das alles ansieht. Das ist eine sehr, sehr interessante Liegung, vor allem sehr, sehr umfangreich. Ich will euch ja auf Vimeo nicht einfach nur ein Tagesquickie präsentieren, sondern das soll schon was Anständiges sein. Anderes Thema, alles was auf YouTube bisher war, bleibt euch ja auch erhalten. Und ich hoffe, ihr bleibt mir auch erhalten, trotz meines kleinen Vimeo-Exkurses. Na, also schaut mal vorbei, ich würde mich riesig freuen. Link ist natürlich unten in der Infobox zum Video. Ciao!